725 Jahre Kaiserslautern und immerhin war ich zehn Jahre dabei und das ist ja fast die Hälfte von Kaiserslautern war ja damals nicht sehr ansehnlich wenn ich mich jetzt hier umschaue eins muss man sagen an dem Tag wo ich hier weggezogen bin haben sie angefangen Kaiserslautern schöner zu machen ich weiß jetzt nicht ob das mit mir zusammenhängt oder nicht herzlichen Glückwunsch zu dieser wunderbaren Stadt